das gilt euer schluss bald tausend im start und ja leute es ist ich bin ein hippie und peace also sie wollen wie ihr seht ich bin ein hippie mit maske hier jemand hebt mal meine brille auf heute warte sekunde es geht gleich los leute auch meine brille hat sie leute wir machen heute sprawl das opte bei nem bruder und simon ich würde sagen wir starten wir starten jetzt in die erste runde ich kann mich bereit machen wir machen gleich bereit ich kann aber leute wie ihr seht ich habe maske auf ich finde sie so geil den kannst du nicht bereit machen wir sehen uns wenn ich bereit machen können alte leute es geht in die erste runde wie ihr sehen könnt ihr seht ich bin ein hippie mit maske wie ihr sehen könnt und ich hoffe ich schau cool aus wenn ich cool aus dann wie gesagt das ist nicht das thema leute ne nicht heute ist das neue broads update rausgekommen ich hoffe man hört nicht gut alter also heute ist das neue ja leute heute ist das neue broads update rausgekommen und ich wollte einfach mit meinem bruder ein bisschen zocken auf ganzem spannend mit ich bin mein bruder ja er ist mein bruder ich bin gangster digga ich bin gangster ja leute ich habe sogar eine brille unten drunter auf wenn ihr sehen könnt ich weiß nicht ob ihr sehen könnt seht ihr ich habe eine brille unten drunter leute und wir haben sie direkt verkackt leute nein minus 6 wie gesagt wir wollen das update heute zocken mit meinem bruder macht euch bereit genau ich bin extrem gehypt aufgesagt was findet ihr besser rund oder findet ihr die felschen rund oder vierkig besser leute müsst ihr mal reinschreiben ich finde es gerade rund cooler ich finde irgendwie anders alter ich fühle mich so egelhaft so ich weiß nicht wie sich jetzt meine stimme unter der maske anhört leute aber ich hoffe nicht sprachen lernen warte hier den krow nein warte einfach mal mit meinem bruder update zocken wie gesagt leute es ist heute das update rausgekommen ich wollte eigentlich live streamen aber ich hatte leider keine zeit oh wir haben den krow noch geholt ich hatte leider keine zeit mehr leute deswegen ich wollte eigentlich live streamen aber vielleicht auch ich werde morgen live streamen wahrscheinlich live streamen wahrscheinlich live streamen oh mein Gott ey Minus 2 ist da ah nein wir wollen ein bisschen entfernten Leute ich finde das so geil die schaut so heftig aus hui das ist ein abo da das ist ein abo da für diese coole facecam und mehr mehr facecam also muss Minus beschweren ich schwöre ich schau aus ich bin rausgekommen Leute wie gesagt wir müssen jetzt hier wir müssen ja pushen ne ok die kämpfen Leute ich habe unten drunter noch so meine Brille auf ich schwöre unter der Maske Leute das sieht sie vielleicht ich gucke kurz mal durch meine Augen dann sieht man sogar noch ein bisschen meine Brille Leute also ich finde he 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 Leute ich schau so egel äh also die Schauen will ich mir denn machen so wieder Minus 2 tschüss Leute ich bin zum Entschluss gekommen ich nehme jetzt Daryl nicht Daryl Balik Leute Simon let's go ich hoffe weil ich so viel Minus möchte ich nicht kassieren ich weiß es ist so cool wie findest du das neue Update cool ich auch ich finde es auch cool Leute wenn ihr neu auf diesem coolen Kanal seid dann lasst doch gerne mal ein Abo und ein Like da ich schwöre ich höre mich im Video wahrscheinlich so dumm an wegen der Maske ich schwöre das hört sich so dumm an also also Leute ich hoffe euch gefällt das Video so weil ich jetzt greide so ich sehe mich grad sogar selber Leute ich schaue schon ziemlich ja wie soll ich sagen ja das hätte ich nicht sagen können Simon ne ja wir müssen gewinnen Simon ne ne ahja Leute wenn euch so ein Facecam Video gefällt dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da wie gesagt wir sind auf dem Weg zu den 100 Abos nächster Meilenstein sind 70 Leute das würde mich so mega freuen ich schwöre wenn wir die 70 Abos vielleicht noch machen Leute lasst ein Abo da ey Gott wir haben ihn noch geholt Leute wenn ich öfters im nächsten Livestream wird wahrscheinlich auch so ne Facecam kommen Leute so werde ich im nächsten Livestream ein Facecam machen also Leute wenn ihr drauf gehypt seid die Maske das ist so geil unter dieser Maske ich höre mich wahrscheinlich komisch unter der Maske an also heute im Video weil die Maske schallt hier so alles ist hier oh jetzt ja okay ich lass mich töten Leute tschüss aber immerhin Leute gut die Gegner denken Simon gibst du mir meine Sonnenbrille nein und gib mir meine Sonnenbrille wieso du bist nicht ne warte ich kann du du Spaß Leute natürlich ist so Candy what the fuck also mach dich noch mal bereit du musst doch deine Brille holen ja ist jetzt egal mach bereit mach bereit also schmeißt die Brille nicht runter Leute ich hab so ne extra Sonnenbrille genau genau Leute ja Leute ich seh schon was hab ich das zu früh nicht jetzt hat Leute das fällt gleich wieder runter ich merke es schon ja ich auch ey spinnen wir alle du bist der alte Brille also ich wär diese Sonnenbrille ist ja auch wie so ein Flieger unter der Maske ist Gewöhnungssache okay Leute das mit der Brille funktioniert schon mal nicht es ist Gewöhnungssache Aua das hat nicht gesehen das wissen wir jetzt schon mal ah und Simon wie findest du das neue Update sag mal Leute Leute aber ich glaub ich seh jetzt doch das Video Minus 5 schon wieder ich muss kurz Facecam rüber Leute und ich tu Facecam wieder da ich möchte das Minus nicht seh Leute aber Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst laufe und laufe würde mich mega freuen und wie gesagt das ist das neue Update und wenn euch das Video gefallen hat lasst laufe und like da würde mich mega freuen und dann hab ich mal wieder Ciao 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 Ciao